und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge borderlands mit dem guten zero wir sind ja jetzt hier in der arena wo der zero mich hingeschleppt hat er meinte ja das gefällt mir sehr ich sehe auch schon die automaten da möchte ich gleich noch mal eben dran und ich habe gesehen ich kann schon wieder eine 1 skill punkt ein level punkt wie auch immer ich glaube ein skill punkt wieder verteilen und ich mache noch mal aufheilung so dass ich jetzt unten die beiden neuen fähigkeiten freikriege für mein geschütz überlastung steigert die magazin kapazität für alle waffen gar nicht mal so schlecht erster erster level macht schon 12 prozent magazin große größe ist natürlich wirklich nicht schlecht und dann haben wir noch ausbrennen heile teamkameraden indem du auf sie schießt dies funktioniert auch mit granaten und raketen ja ich darf auch zero schießen ja mich da war heilen das ist schon nicht schlecht ich frage mich noch auf sechs prozent schaden in gesundheit um ja weil so nicht ob das funktioniert wenn ich da tot auf dem boden liege das weiß ich nicht so unbedingt so wie gehen erst mal hierhin ich glaube du kannst hier wieder mal deine kapazität von den pistolen und so weiter erhöhen ja was ich auf jeden fall mache ist für die kommen betrifft auch war das denn kommt mit rifle was ich jetzt habe light machine gun müsste ja eine combat rifle sein ne nehme ich an nehme es auch mal an ich hoffe es mal ich finde es ein bisschen schade dass das hier nicht steht naja du kannst es ganz leicht herausfinden indem ich was tue wuchs einfach was was der kleine da wenn du auf die waffe gehst für eine waffenhand hat eine ziemlich große bumme naja zum beispiel hier wenn du normal wenn du eine shotgun hast wo du nicht weißt was das sein könnte dann siehst du dass der kleine eine shotgun in der hand hat bei der pistole weißt du dass er eine pistole in der hand hat hat er hier noch eine sniper ja er hat schon er hat schon maschinengewehr in der hand also wird das wohl die combat rifle sein auf jeden fall sehr sehr gut vorbereitet sein auf das was gleich passieren könnte ich bin soweit fertig ja ich kaufe mir gerade noch mal ein bisschen munition für die combat rifle solltest auf jeden fall sehr sehr gut vorbereitet sein auf das was gleich passieren könnte ich weiß nicht ob die erste runde so schwer ist das hört sich ja super toll schon an ja ich mag es so was haben wir hier jetzt noch mal die sniper hier in dem laden ist richtig geil ja ich habe mir eine gekauft ich glaube die hatte 220 schaden oder so dafür brauche ich aber level 16 ich habe mir jetzt auch gerade noch mal rocket launcher es gibt rocket launcher ja scheiß auf die sniper dafür werde ich glaube ich meine pistole wegschmeißen moment 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 das ding kann ich verkaufen der rest ist ausgerüstet moment einmal ganz kurz den rocket launcher da rein und die sniper da rein ja meine sniper hat jetzt ja gut 123 ist jetzt nicht so viel mehr aber 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 sie ist nicht schlecht kacke ich brauchst 7000 dollar das ist krass ja die haben jetzt ein neues angebot so eine pistole nicht so cool ich habe leider 6000 nur und ich gebe dir natürlich nichts ab ja aber sonst ist hier gerade nicht so unbedingt was was ich gebrauchen könnte gut ich könnte die beiden waffen hinschmeißen ne bringt ja aber nicht viel die bringen die bringen leider nicht viel kohle nicht so schlimm nicht so schlimm gut was hatten wir hier beim dritten ach das war so ein medic schrank ne brauche ich nicht weiter so dann sag mir doch mal was uns jetzt erwartet ich habe mir in angst du hast dich überraschen du todeskreis meet and greet abliefern so todeskreis runde 1 töten oder getötete werden geh in die arena wenn du überlebst wirst du bezahlt wenn du stirbst bekomme ich umso mehr so das machen wir jetzt einfach mal und jetzt gehen wir einfach nur hier rein und dann haben wir spaß ok gerade mal ganz kurz gucken das müsste die sein dass es ah ich habe mir keine kein update für die rocket launcher geholt egal ok ich nehme lieber eine andere waffe oh alter schwede ouch oh gott die koppel anderen seiten die schwurtflinze ist zwar fanny aber die bracht macht irgendwie gar nichts das war mir heute noch ein bisschen zu knapp wieso will er mal wieder auf mich gehen ich bin doch nur die frau oh gott der ist schon wieder bei mir oh gott der ist schon wieder bei mir ich habe neun leben neun leben habe ich werde ich in den kreis hier es ist leichter gesagt als getan hat er stand auch aber die schrote macht glaube ich echt schaden oder war das der turm ich weiß es nicht weiß es auch nicht so das war die erste hunde hast du noch lust auf eine zweite ja selbstverständlich aber dann muss ich mir nur mal munition nachkaufen es wird aber immer härter ne ja gut dann ist das halt so schön wäre natürlich wenn der cooldown von meiner special noch ein bisschen besser wäre jetzt ok ok moment ähm combat rifle mal ein bisschen munition kaufen ok max und raketen ich halte mich mal ein bisschen ne ganz entspannt hier ich weiß ich kann eine normale waffe haben sehr schön ich habe kein geld mehr krass so wie ich raketen sind glaube ich teuer ja achso wir müssen erst behalten aber immerhin habe ich jetzt 38 ne 40 stück habe ich jetzt so belohnung 1680 jp oder xp und ein schild todeskreis runde 2 kannst den hals nicht voll genug bekommen wa dieses mal wird es jedoch nicht so einfach ein freak wie du wird nicht lange durchhalten aber du verstehst sicher wir müssen einfach eins draufsetzen so ich habe ein level ab ja gut dann mach du erstmal dein level ab ich gehe mal ganz schnell hin und verkaufe mal ganz kurz das schild was wir bekommen haben also hast du es doch bekommen beim letzten mal hast du es ja nicht bekommen ja ne doch ich glaube ich habe es auch bekommen ich habe es nur nicht gesehen also es wird mir nicht angezeigt ja gut ich gehe schon mal rein oh du kommst hinterher ok ja ich komme auch hinterher gleich oh der cooldown ist auch gerade von meiner von meinem geschützt turm wieder weg oh gott ja na klar na klar ja ich hätte mir granaten kaufen wir sollen das ist fast trauen denn alter schwede alter schwede hui oah gut dass ich den turm habe ey oh gott ach der ist schon tot du bist ganz kurz auf dich allein gestellt bin unsichtbar um mein Schild zu regenerieren oah Hilfe 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 ja das sind zu viele ja das wars die neue Stärke jawoll ich habe eine Rakete abgefeuert war tot und habe damit dann gleich eingekillt wir sind alle hinter mir her oh gott ja ich sehe es ich kann dir nur leider nicht hier helfen nein 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 alter schwede ich habe irgendwie das Gefühl die Raketen machen gar nicht so viel Schaden wie gedacht oah tot na noch nicht noch nicht noch kannst du es schaffen dieser Alpha ist kracht hier verarscht mich nein 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 oh gott nein das wars mit mir oh ich bin auch in der Sekunde kannst du doch schnell kommen lauf rein schnell schnell lauf rein obwohl nein wir sind beide gleichzeitig gestorben wir sind beide gleichzeitig gestorben wir sind beide gleichzeitig gestorben ja außerdem habe ich es gerade verkackt ok dann sparen wir uns diese Runde für später auf ich brauche eine bessere Waffe ich brauche 3 bessere Waffen ja ich ich aber auch du das glaub mal ich habe jetzt momentan auch nur ganz normale Waffen also noch nicht mal selten oder legit oder was weiß ich ich glaube ich habe nur so welche ne ich gar nicht ich habe die gerade ausgetauscht gegen ganz normale Weiße weil sie selbst die besser waren als meine ne meine Sniper ist weiß tatsächlich Moment ich kann immer gerade ganz kurz gucken in der Ausrüstung ne meine Sniper ja gut wenn wir jetzt vom Schild und von den Granaten ausgehen meine Sniper ist grün der Rest des Vibes oh da draußen gibt es schon wieder Action wenn ich das höre die Schotty ist lustig aber irgendwo ich weiß nicht es hat nicht dieses Feeling von wegen ich töte sie alle damit sondern die Kuh wir fliegen einfach dran vorbei an denen ne die muss ich auswechseln na gut dann andere Quest ok ich schau mal eben rein ähm ja wir könnten entweder das mit der Sniper Jagd machen beziehungsweise mit der Schnitze Jagd wir haben dann noch die Legende von Moe und Marley ja lass mal die Legende von Moe und Marley machen und Schnitze Jagd weil Schnitze Jagd ist Level 12 ok wobei Moe und Marley Level 15 ist ne ja oder lass uns zuerst Sledge zum Safe ausmachen was gerade auch schon ausgewählt ist weil das ist am Level 14 ah ok auch wenn du erst Level 12 bist ja macht nix über die Hälfte schon du Level 13 tja Gott was liegt denn alles auf der Straße oh da wo du die ganze Zeit rüber gefahren bist ja ja überall gegen gefahren so so Erot Hills die Gegend könnte ein bisschen schwieriger werden Level 14 ne ja wir schauen wir schauen wir kriegen das schon irgendwie hin so ich hab schon wieder diesen Minentorschlüssel jetzt ausgewählt Moment ah wir laufen wir übrigens ähm in ein Gebiet genau wo wir Bob und Marley machen müssen oder Mo und Marley ja und äh nach diesem Gebiet kommen wir erst zum Sledge House achso das heißt wir müssen die Quests hier sowieso machen alter Schwede meine Waffe macht echt keinen Schaden ich hätte die SMG behalten sollen Leider hab ich meine Waffen auch schon alle verkauft jetzt hab ich so ne billige Schrotflinte hier der ich nicht treffen kann oh Gott in der Luft zerfetzt Au was da kotzt er mich erstmal von der Seite an da ist ja noch sag mal wie kann man nicht mal drüber looten weißt du ja also solltest du irgendwas wie eine SMG oder eine Combat Rifle finden die du nicht brauchst dann bitte zu mir Vorsicht Vorsicht da sind zwei Knallharte gleich wenn mich er durchdreht hinter dir hinter dir okay der Knallharte steckt hier ein bisschen fester ist gut ui oh das gibt's nicht ja der zweite Knallharte ist auch schon hier nein nein jetzt springt da meine Rakete aus dem Weg na komm, na komm, na komm, na komm, na komm jawoll oh die anderen Knallharten hab ich hier hab ich ne Combat Rifle falls du Bock drauf hast ja hier oben liegen auch ziemlich viele Sachen muss ich ganz ehrlich sagen hier liegt ne Sniper mit grüne die ist aber nicht ja die hat 59 Schaden die wäre für mich was ich nehm lieber die Combat Rifle anstatt die Schatti hier liegt was blaues ne ist schlechter als meins hier lag noch was blaues genau das hab ich vorhin gesehen hier oh die nehm ich was ist denn da Granaten anbläht oder was ja ja das hab ich jetzt einfach mal genommen ja so passt schon ich werf nicht so oft Granaten so und die Combat Rifle achso die hast du jetzt genommen ne Beirut? ja ja ich bin hier nur grad an achso alter meine Waffe macht echt kaum Schaden das ist schade ja die Combat Rifle hatte ich genommen hab dafür die Schotti ausgetauscht weil die Schotti weiß nicht ja ah siehste da fällt mir grad was ein ich hab ja die äh Sniper gefunden die wollte ich mal austauschen jetzt versteh ich nur nicht Moment achso ne die ist gar nicht besser als meine ne alles gut ne warte ok also Moe Moe und Marley sind auch so ne Skacks und die sind ziemlich heftig drauf das kann ich dir jetzt schon sagen ok ich weiß nicht ob wir die schaffen oder ob wir erstmal weiter gehen normalerweise nehm ich die mal mit auch wenn es äh ja was schwer ist wir werdens sehen wir werdens sehen wir werdens sehen wie wir es schaffen und ob wir es schaffen ich hab übrigens ein Level Up wieder wow wo ist das größer da oh Gott au sorry das war ich ich glaub ich hab das Ding zum platzen gebracht ach ich weiß es nicht oh jetzt hab ich äh äh oh ähm ähm ne Waffe genommen die war aber weiß also nicht schönes ja mach jetzt äh ich würd gerne einmal einmal ganz kurz killen wenns ok ist mach das ruhig mach das ruhig mach das ruhig ich schau mich so lange mal hier ein bisschen um hab ich gerade auf Freunde gedrückt da hat man gerade die Freunde bei mir ins Team gesehen hups ja ich mach mal das mit der Munition das ist glaube ich gar nicht mal so schlecht dass wir Munition wieder bekommen gerade für mich mit der SMG äh wo müssen wir lang äh hier lang ich hab jetzt mal Mali ausgewählt genau das ist die erste Quest wo wir dran vorbeikommen danach kommen wir an der Sniper vorbei und äh da oben sind Wachen oh ich hab ihn nicht getroffen warte wie wieso ich Sniper die ganze Zeit auf seinen Kopf und treffe ihn nicht eigentlich damn sehr schön oh nehm uns oh hehehe hehehe voll kett hau 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 so seit demnächst hier wer nichts macht fress meine Granate ich glaube ich hab sie zu weit geworfen oder? hau 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 puch oh TauTV Combat Rifle Kenntnisse sind jetzt Level 3 sehr schön oh was haben wir hier ah hier ist nochmal ein Granaten Upgrade nein klebrige Granaten haben wir grad so ein billiges Schild eingesammelt und direkt ausgerüstet na so das ist ärgerlich das kommt auf wenn man gierig ist und die Einsammeltaste gedrückt hält weißt du hau hau das kenn ich haben wir hier oben vielleicht noch irgendwas naja nicht dass ich wüsste oh hier ist eine Kiste mit Munition Munition find ich toll da unten liegt auch noch was äh das Granaten Upgrade willst du nicht haben nö nö ok da hinten liegt Geld da liegt Geld Geld yippie wo findest du gerade noch Sachen hier hinten hinter dem Gebäude ach kann man nicht reingehen ich weiß wo das den geilen Shit gibt so so ich bin auf dem Weg ich komm dir hinterher warte ruhig weißt du was ich noch nie gemacht habe ich bin noch nie hier hochgeklettert kann man hier hochklettern definitiv prädestiniert dafür irgendwie nicht irgendwie nicht boah jetzt verbrenn doch endlich mal boah alter wow wow das war meine Granate hehehe oh gott was ist die Idee alles schon wieder oh kein Wunsch mehr Shit nein ich bin tot weil ich einfach mal rein rennen wollte nein der ist fast tot der ist fast tot komm schon komm schon wo ist er er töte ihn doch oder den kleinen vor dir oh der hab ich jetzt getötet ja ich weiß ich seh nix mehr der hat sich versteckt die Sau die deswegen hab ich ihn nicht gekriegt oh der eine hat was blaus verloren ja hab ich auch gerade gesehen so ähm Combat Rifle oh 4x6 Schaden ich weiß jetzt nie ob das so hier liegt noch Bouncing Betty falls du das brauchst äh guck dir mal die blaue Sache an nee das verkaufe ich einfach ah nee nee leider nicht das Problem an der ganzen Sache ist dass sie einfach viel weniger Schaden macht auch weniger Ziegenneuigkeit und auch weniger Feuerrate das ist leider das Problem oh ich hab ne Evolver für mich gefunden schön oh da hinten liegt noch was Geld 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 und Munition verdammt wie dass sich Sachen abfallen egal ich drück einfach die Tastatur ähm so hier sind noch ganz viele Sachen oh ich kann sie nicht mehr tragen ich war zu gierig ach was der Schild ist tatsächlich besser als meiner aber lädt sehr sehr langsam auf soll schneller aufladen als meiner achso tatsächlich Moment ich geh mal gerade rein gucken ich hab nur aufgehoben anstatt gleich zu benutzen tatsächlich der ist um drei von der Kapazität höher und äh um Achtung und die Ladegeschwindigkeit ist um äh Moment 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 sie sie neun um neun höher ja gut ich hab einen der ist für Level 6 der hier ist jetzt für Level 13 den ich habe so klar so ich glaube du bist schon weiter wieder ne ja ich guck mich hier so ein bisschen um äh wir gehen jetzt nämlich zu ich glaub Moje oder so oh das sind doch Vögel wo wo? über uns ach genau über uns ich meine Combat Rifle ist zwar geil aber ich lade ungefähr alle zwei Sekunden nach ja das Problem habe ich leider auch mit der Combat Rifle ist ein bisschen lästig Autsch weißt du was? von hinten kam auf einmal ein Vogel mir voll in den Hintern geknippen das Vieh soo das gibt's doch nicht ganz vorsichtig oder kommen wieder die Kleinen da hinten ist jedenfalls ja da hinten rennen welche rum aber hier ist auch noch ein Tunnel kommt Achtung aber wir sollten hier auf jeden Fall alle gehen natürlich die wir finden ja ich kann das nicht einsammeln geff Autsch Autsch ich komme ich komme wow was war denn das ne Granate oh Eisernschwede ich glaube gegen Moe und Mali sollte ich meine Feuerwaffen auspacken wäre glaube ich gar nicht mal so verkehrt da kommt natürlich wieder ein Eifer-Tierchen ja der Brandschaden ist sehr effektiv gegen die Dinger ja der müsste sich jetzt hier irgendwo gleich befinden das könnte ein etwas längerer Kampf werden und wir haben schon 24 Minuten wollen wir das morgen machen? ja ich würde sagen dann machen wir das morgen und äh ja das war's eigentlich schon was ich dazu sagen kann ja ich verkrieche mich in mein Loch und dann sehen wir uns morgen wieder haut rein ok ich komme mit rein tschüss tschüss